Grüß Gott, mein Name ist Aumüller Stephan. Gemeinsam mit meinem Bruder Christian Aumüller leite ich die Firma Aumüller Druck hier in Regensburg in Bayern. Mein Bruder und ich, wir sind jetzt die vierte Generation. Die Firma wurde vor 127 Jahren mehr oder weniger gegründet als Zeitungsverlag. Die Zeitung musste leider 1933 dann mit der Machtergreifung der Nazis eingestellt werden, aber unser Vater hat dann die Druckerei neu aufgebaut 1946 als reine Akzidenzdruckerei. Wir sind eine Druckerei, die sich versteht als industrieller Bogendrucker. Wir haben Kunden wie zum Beispiel BMW, für die wir Prospekte machen oder Bedienungsanleitungen. Auch sind wir der zweitgrößte Drucker für Audi. Auch für Audi machen wir Kataloge, Prospekte, Bedienungsanleitungen. Und ein ganz großer Kunde von uns ist auch Flyeralarm. Wir arbeiten eigentlich seit Beginn mit Heidelberg zusammen und zwar seit Beginn der Achtfarben. Wir waren die dritte Druckerei in Deutschland, die mit einer Achtfarben von Heidelberg angefangen hat und zwar war das genau 1995. Also wir feiern jetzt auch ein 20-jähriges Jubiläum, kein 40-jähriges Jubiläum. Wir waren damals in Bayern die erste Druckerei, die eine Achtfarben aufgestellt hat. 1996, das war für uns ein besonderes Ereignis, denn 1996 bekamen wir weltweit die erste Zehnfarbenmaschine von Heidelberg. Seit dieser Zeit besteht eigentlich eine enge Beziehung zu Heidelberg, weil seit dieser Zeit, seit 95, 96 sind wir Feldtester für Heidelberg. Wir bekommen also Maschinen von Heidelberg, wir kaufen die natürlich ganz normal und sollen dann im Feldtest neue Software oder neue Aggregate, die Heidelberg entwickelt hat, an dieser Maschine im Feldtesten. Wir haben fünf Achtfarbenmaschinen und eine Zehnfarbenmaschine. Alle Maschinen sind bei uns ausgestattet mit Impresskontrollen. Durch Impresskontroll haben wir zum einen den Effekt wenig Makulatur zu fahren beim Einrichten und der andere Effekt ist, dass wir natürlich eine schön gleichmäßige Qualität über die gesamte Auflage erreichen können. Neben diesem Impresskontroll sind auch praktisch alle Maschinen mit dem simultanen Plattenwechsel ausgestattet. Das ist für uns auch wichtig, denn wir haben viele kleine Auflagen auch, die wir fertigen. Gerade in der Zusammenarbeit mit Flyeralarm gibt es viele kleine Auflagen, wo eben dieses schnelle Rüsten durch den simultanen Plattenwechsel wichtig ist. Wir schätzen an Heidelberg oder an eben dieser Wendetechnologie besonders, dass die Qualität sehr gut ist. Das hängt natürlich zum einen auch mit den Perfect Jackets zusammen, die in den letzten 20 Jahren ständig weiterentwickelt worden sind. Zum anderen aber eben auch an der ganzen Bogenführung. Insgesamt können wir sagen, dass wir mit Heidelberg mit den 8 und 10 Farben Maschinen eine sehr wirtschaftliche Maschine haben. Eine Maschine, die sehr gute Qualität liefert und die also unserem Ziel, eine industrielle Produktion darzustellen, in idealer Weise nahe kommt. Wir gratulieren Heidelberg zu ihrem 40. Jubiläum. Wendetechnologie. Das Besondere eigentlich an dieser Wendetechnologie war ja dann die Einführung dieser 8 Farben Maschinen, was man sich vorher nicht vorstellen konnte, dass eben auch Bögen mit hoher Farbbelegung beidseitig bedruckt werden können und da gibt es eben dieses Jubiläum 20 Jahre. Alles Gute für Heidelberg und natürlich eine gute Zukunft für Heidelberg. Wendetechnologie. 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 Wendetechnologie.